Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Sims 3. Wir sind wieder im Zwei-Personen-Haushalt und was gibt es zu sagen? Es ist Freitag, beide gehen arbeiten heute. Logisch, wie an jeden Freitag und an jeden Montag. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ja, ich werde dann in abstehbarer Zeit zusehen, dass Heiliger Strohsack, dass die entsprechend, sobald es hier bei ihr besser aussieht, mit 50.000 glaube ich, muss ich mal gucken. Ja, 50.000. Dann kommt da ein Essensreplikator und dann sieht das schon mal ganz gut aus. Aber bis dahin warten wir erstmal die Zeit ab. Vielleicht wenn dann irgendwann noch soweit ist, ähm, vorlieg um eine Teleportationsmatte, aber die kostet glaube ich so um die 60.000 rum? Kann das sein? Nee, sogar 75.000. 60.000 kostet ein Loanmanager. Aha. Naja. Naja, ein Loanmanager ist ja an sich auch nicht schlecht. Aber, ja. Da müsste man denn mal sehen, nicht? So, erst... äh, die sind beide hungrig. Dann würde ich sagen... Was zum Geier! Mach'n Frühstück! Ja! Fruchtparfait und fertig ist? Was? Ey, ihr seid doch echt nicht fertig, ey. Naja, jetzt wird's halt. Solange sie was macht... Ist Fruchtparfait eigentlich für eine Person oder für zwei? Ich weiß es nicht. Weißt du was? Ich krieg's Kiegel nischt. Äh... Das ist jetzt aber nicht euer Ernst. Leckt mich doch am Arsch. Achso, da ist ja ein Auto. Ja, warte! Du kannst auch arbeiten hier hin, Junge! Rennen, Junge! Mach'n Lack! Ist doch nicht wahr! Tja! Der kommt nicht aus'n Arsch! Was für ein Idiot! Ehrlich! Ähm, was soll's. Dann kann sie erst mal das Essen in den Kühlschrank stellen. Wunderbar. Na gut. Ähm, diesen da und... äh, den da. Ach, Quatsch, da ist doch nicht. Hier. So, zehn. Aha. Kommt weg. Alles klar. Reich und schön. Viel klackend. Klar, Kier spricht deine Agentur. Wir beide wissen, dass du hinreißend aussiehst. Sonst wärst du wohl kaum so berühmt. Aber damit das auch so bleibt, solltest du mal ein Fitnesscenter aussuchen. Geh ein bisschen trainieren. Ja, das kann er dann hier machen. Nachdem er was gegessen hat. Oh, ähm. Der Dick Auto hier noch nicht ganz schnell ist. Warum? Ähm, was ist da die Fähigkeit? Äh. Mal gucken. Dum 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 dum. Aha. Na, das kann sie ja denn machen, wenn... Auslandseinsatz. Die Militärspitze verlangt, dass du dich sofort zum Militärstützpunkt begibst, um die Stellungnahme der Regierung zu einer möglichen Eskalation im Ausland mitzuteilen. Das Militär wird dich angemessen für deine Dienste belohnen. Aha. Aber du darfst keine Zeit mehr verlieren. Ey, ihr wollt mich echt davon abhalten, das mal zu schaffen hier, oder? Kann das sein? Zwischen 18 und... Naja, okay. Dann würde ich sagen... Was zum Geier, ey. Ich hab da raufgeklickt auf diese scheiß Schaltfläche. So, bei ihm ist nichts weiter offen, außer dass er da die vier Stunden auf dem Laufband verbringen soll. Da ist der Exhaustier stiegen aus dem Auto, ist der bescheuert. Da ist der Exhaustier verscheid. Und da ist der Exhaustier baut. Nein! NANU, stei... NANU! Scheiße. So, was ist das hier? Butler bitten zu kochen. Tja, wenn ich weiß wie. Richtiges Tempo ist in Ordnung. Wo ist der Butler eigentlich? Ach, da ist er. Um Rat bitten und Massage bitten zu kochen. Na gut, wenn das nicht wichtig ist, sieht der ja sowieso nicht ran. Von daher können wir weiter loben lassen. Danach kann er duschen gehen. Danach ist dieser da angesagt. Nee. Gartenpflege. So. Okay, signieren ist zur Hälfte durch. Sprühen wir mal ein bisschen vor. Und zwar, bis sie soweit fertig hieß. Ähm. Könnte es denn zusehen? Hä? Wieso zusehen? Äh, Hygiene brauchst du nicht? Sie kann ja ein bisschen Pfeile werfen. So. Zwei Stunden hat er schon mal. Ähm. Sie sind da. Alles klar, dann wird sie jetzt erst mal das abbrechen und wird zur Kaserne hinfahren. Wo haben wir die denn? Da haben wir sie. Genau. Was war das? Jeden Tag, wahrscheinlich? Ja, jeden Tag. Gut. Ja. Okay, dann würde ich sagen, zu ihm hin. Okay, sprühen wir noch ein bisschen vor. Oh man, die wird gleich angeekelt sein. Okay, cool. Dann können wir ja erst mal duschen gehen. Und dann ist prächtig. 44, ey. Boah. Toll, war jetzt ja überhaupt nicht mehr, wa? So. Achso, er geht ja dann schon Gärtnern. Dann spuren wir mal ein bisschen vor, am Geheimtreffen teilnehmen. Achso, ja, okay. Dann kann sie danach ebenfalls bei der Gartenpflege helfen. Dann spuren wir mal ein bisschen vor. Okay. Ja, sprühen wir vor, solange bis die hier fertig sind mit der Erdenarbeit. Und da wir den Sonnabend haben, ist es nicht so tragisch, dass es ein bisschen später wird. Weil, naja und so. Theoretisch müsste ich doch gleich mal gucken, ob da... Perfekt, okay, hervorragend immer noch. Ui, okay. Okay, dann würde ich mal sagen, ähm, was war das hier? Pflanze des Lebens, also Frucht des Lebens. Jo, das ist das Einzige, was jetzt hier ausgefallen ist. Dann radieren wir das mal aus. Gut. Dumm, 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 dumm. Er hier. Und da haben wir das Frucht des Lebens. Mehrere Pflanzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und los geht die Post. So, bei ihr wird es jetzt ein bisschen mit der Hyäne mager aussehen. Duschen. Und bei ihm, naja, könnte es eigentlich auch ein bisschen besser sein wieder, aber was soll's. Clean is slow. Äh, sag mal, er hat doch den Gottler gebeten, nur zu kochen. Das kapier ich nicht. Upsi, gröner. Vielleicht muss man das dann erst essen, kann das sein? Hm. Upsi, gröner. Ich würde sagen, entspann dich mal. Entspann dich. Oh, man. So. Ähm, Händchen halten, würde ich sagen. Hey! Der Typ, der ist Sonny. Der Typ, der ist Sonny. Der Typ, der ist Sonny. Zufa. Gemini. Trula. Nushta. Wani's name. Chanikala. Ja ok, die sind wieder ein bisschen müde. Was soll's. Ja ok, sie sind beide echt müde. So, wie geht das jetzt hier nicht? Die sind da. Gut, dann können sie danach pennen und dann ist es easy. Aber ich denke mal, das werden die von Alena machen, so müde wie die sind. Also danach pennen. Okay. Ich würde eigentlich auch mit Butler bitten, den... Nur was zu bringen geht nicht. Aha. Und ich weiß nicht warum der gerade eben kurz geleckt hat, denn theoretisch dürfte das ja nicht passieren. Egal. Ok, wie lange pennen die Bäder? Er bis 14 Uhr und sie ebenfalls bis 14 Uhr. Na dann springen wir halt so lange vor. Was war'n das gerade? Auslandseinsatz. Eh? Berühmter Gastauftritt. Hey Cara, deine Agentur am Apparat. Hör zu, ich habe einen Anruf von der Regie am örtlichen Theater erhalten. Sie wollen wissen, ob du eine Gastrolle in ihrer neuen Inszenierung spielen würdest. Es handelt sich dabei um ein sehr umfangreiches Stück interessiert. Aber warum nicht? So. Dann würde ich mal sagen, ich gucke mal nach. Wann geht das? Ach das geht immer oder wie? Ja. Dann würde ich sagen, die sind da. Sobald's aufgestanden ist. Er kann dann gleich wieder loslegen mit Gartenarbeit. Ok. Da war schon wieder Essen schlecht geworden. Egal. Tja. Ok. Würde ich mal sagen. Schlecht abgesprochen, oder? Tja. Würde ich mal sagen. Schlecht abgesprochen, oder? Tja. Ähm. Hm. So. Wie sieht's aus? Der ist perfekt geworden. Das ist schön. Und der hat auch Samen verloren. Das ist auch schön. So. Dann würde ich sagen, ab ins Inventar damit. Ups. Rein theoretisch könnte ich auch alle drei machen. Dann haue ich eh den Limonbaum hier hin. und dann ist das easy. Ja. Wo habe ich jetzt den dritten... Äh? Wo ist denn der dritte Samen? Ihr wollt mich jetzt nicht zufällig verschässern, oder? Nein, verschässern wird nicht angewendet. Ja, aber ganz im Ernst. Äh? Das sind doch drei Bäume, die, äh... Ach ne, der ist immer noch hervorragend. Alles klar. Hm, 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 hm. Ein Apfelbaum? Was macht denn der da noch? Hm, okay. So, wie es aussieht, haben da wieder ein paar Kartoffelpflanzen abgedankt. Ähm, okay, wir spuren mal vor, bis das da erledigt ist. Okay. Kannst du nach Hause kommen? Und kannst auch ein bisschen im Jarten helfen. So. Kannst du ja voll vergessen, oder? Und jetzt sehen wir zu, dass es hier mit dem Jarten klappt. Vorspulen. Er riecht schon wieder etwas. Aber nur etwas. Ich bin mal echt gespannt, wie lange es im Sechs-Personen-Haushalt dann dauert, bis die da, äh, die ganzen 16 Gelbbäume zusammenkriegen. Wobei ich hier dann, ähm, wie gesagt, zusehen werde, dass ich da den einen Limettenbaum oder Limonenbaum, wie auch immer. Ich glaube, die Mohnenbaum, ne? Hm, schon wieder ein Auftrag. Oder? Na, vielleicht auch nicht. Könnte auch eine Verabredung sein. Okay, ist ein Auftrag. Das beste Essen der Stadt. Klark, hier spricht deine Agentur. Ich habe hier einen Job, der dich interessieren würde. Äh, könnte. Die Restaurantleitung Bistro zum kleinen Korsen möchte, dass du in der Stadt für das Restaurant wirbst. Vergiss es. Den Auftrag hatte ich schon mit Lara gehabt, im Sechs-Personen-Haushalt, und, äh, das ist eine totale Scheiße. Zumal man nie wirklich sechs Leute zusammen, äh, Quatsch, drei Leute zusammenkriegt, bei denen man dafür wärmen kann. Es sei denn, äh, das versuchst du wirklich über eine halbe Woche oder so. Und da hat kein Bock drauf, ganz ehrlich. Das muss ja denn nicht sein. Okay, ähm, vergiss es. So, sie wird, äh, Kartoffeln aus, äh, pflanzen. We know. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dum, 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 dum. So. Mehr pflanzen. Eins, zwei, zwei, ups, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Gut. Und, bei ihm wird es sein, dass ich... Warte mal. Den Limonenbaum kann er eigentlich auch gleich wieder neu machen. Ja. Wird er auch machen. Oder? Hm, mal überlegen. Nö, da reicht erstmal der eine. Ähm, würde ich auch sagen, erstmal ein bisschen abholzen hier. Äh, ne, nicht den Geldbaum, sondern den Limonenbaum. So. Und... Und... Danach, dann pflanzt er halt... Zwei neue Geldbäume. Mehr pflanzen. So. Gut. Achima, wuhu! Ja, dann soll er so laufen, würde ich sagen. Und wie gesagt, wenn da der dritte Samen dann kommt, dann kommt der Limonenbaum hier weg. Und, äh, stattdessen, eben, der... ...eine andere Geldbaum. Achso. Du könntest dann schon mal duschen gehen. Was hältst du denn davon? Ähm... Sie geht dann da duschen. Oh ja, wir können sie auch Billy brauchen. So. Und dann haben die nochmal Billy in a Bettparty und dann ist das easy. Oh ja, das ist ja gut. Kannst auch mal zu sehen. Ähm... Ach, jetzt ist sie noch... Alles klar. Gut. Ähm... Diesen da. Und damit wäre dann die Folge quasi beendet. Für heute. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Wenn ihr zufällig über diese Folge gestoppert seid und euch die Folge gefallen hat, freue ich mich auch über ein Abo. Also, wenn ihr Verwisserungsvorschläge habt, freue ich mich auch darüber. Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Also, ehrlich, was war das denn gerade für eine Aktion? Da wurde der gerade rausgebeamt. Na gut. Na gut. Ah ja, Post nehmen wir da angesagt. Egal. Da kannst du ja so weit weg gehen, wie du willst. Er bleibt so laut. Okay. Ähm... Dann könnte er eigentlich auch beide pennen. Genau. Gut. Das war's dann für heute. Wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinschauen würdet, würde ich mich freuen drüber. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss. Für heute. Ja.